Noch einmal lese ich einen Abschnitt aus Römer Kapitel 8, der mir in dieser Adventszeit besonders viel zu sagen hatte. Hier ist von dem Stöhnen der ganzen Schöpfung die Rede und der sehnsüchtigen Erwartung der Erlösung durch Jesus. Das ist Adventszeit. Sehnsüchtiges Erwarten der Ankunft Jesu. Ich lese Römer Kapitel 8, Abvers 20 aus der Guten Nachricht Bibel. Denn alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die Vergänglichkeit, und das nicht durch eigene Schuld, sondern weil Gott es so verfügt hat. Er gab aber seinen Geschöpfen die Hoffnung, dass auch sie eines Tages von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit werden und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt und in Wehen liegt wie eine Frau bei der Geburt. Aber auch wir selbst, die doch schon als Anfang des neuen Lebens gleichsam als Anzahlung den Heiligen Geist bekommen haben, stöhnen ebenso in unserem Innern. Denn wir warten sehnsüchtig auf die volle Verwirklichung dessen, was Gott uns als seinen Kindern zugedacht hat. Dass unser Leib von der Vergänglichkeit erlöst wird. Soweit Paulus im Römerbrief Kapitel 8. Die Sehnsucht nach der Erlösung schließt vieles ein. Erstens die Befreiung von Lasten, Sorgen, Sünden und Gesetzen. Zweitens das Erreichen der Vollkommenheit, also die absolute Perfektion aller Dinge, Systeme und Menschen, einschließlich der Unvergänglichkeit. Drittens sehnt sich die Schöpfung samt der Menschheit nach der ewigen Ruhe, einem Ort ohne Lärm, Hektik, Stress und Erschöpfung. Heute am 4. Advent geht es um unsere Sehnsucht nach Erfüllung. Gerade zur Weihnachtszeit werden wir mit Wehmut an die Verheißungen Gottes durch die Propheten erinnert. Wir lesen sie und wissen gar nicht recht, wie wir uns die Erfüllung vorstellen sollen. Da heißt es zum Beispiel bei Jesaja Kapitel 25 Vers 6 Diese Worte wurden 700 Jahre vor Jesu Geburt gesprochen. Und sie erinnern an die letzten Kapitel der Bibel, wo der Himmel beschrieben wird. Kein Tod wird dort mehr sein und er wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Seit damals und noch immer sehnt sich die Menschheit nach der Erfüllung dieser Verheißung. In Jesaja Kapitel 33 Vers 17 verspricht der Prophet Bis jetzt hat noch niemand wirklich Gott gesehen, geschweige denn seine Pracht und Schönheit bestaunt. Auf diesen Tag warten wir aber noch. Oder in Jesaja Kapitel 51 Vers 5 sagt Gott Da sind viele solcher Voraussagen in den Prophetenbüchern, die uns Wunderbares versprechen. Verheißungen, die aber noch nicht erfüllt sind. Auch in Jesaja Kapitel 60 Vers 2 finden wir eine Verheißung, auf deren Erfüllung wir noch warten. Da steht geschrieben, Auf der ganzen Erde liegt Finsternis, die Völker tappen im Dunkeln. Doch über dir strahlt dein Gott auf, der Glanz seiner Herrlichkeit geht über dir auf. Alle Völker machen sich auf zu dem Licht, das sich über dich ergießt, und ihre Könige wollen den Glanz sehen, in dem du strahlst. Soweit Jesaja. Bis auf diesen Moment warten wir noch mit Sehnsucht darauf, dass alle Völker sich zu dem Licht aufmachen und die Könige den Glanz sehen wollen, in dem Gott strahlt. Zur Zeit ist es doch so, dass die Völker wenig von dem wahren Gott wissen wollen und dass andere Götter und Götzen verehrt werden. Auch im Neuen Testament gibt es noch jede Menge Verheißungen für die Zukunft. Auf die wörtliche Erfüllung dieser Verheißung warten wir noch mit Sehnsucht. Zweitens, unsere Sehnsucht ist das ewige Leben. Seit unserer Geburt wissen wir, dass wir einmal sterben müssen. Das belastet und beschwert uns, je älter wir werden. Nun gibt es Leute, die den Tod nicht fürchten, wenigstens noch nicht. Die meisten jedoch haben Angst vor dem Sterben. Sie versuchen, ihr Leben zu verlängern und den Tod so weit wie möglich hinauszuschieben. Andere warten auf den Tod. Sie suchen ihn mit allen Fasern ihres Lebens. Dem leidenden Hiob ist es so ergangen. Sein Leben war eine Qual. Er hoffte, im Tod Frieden und Erlösung zu finden. So oder so, wir alle müssen sterben. Und viele denken vielleicht so, wie ich manchmal denke. Ach, wenn doch das Sterben schon vorüber wäre. Wenn ich doch schon drüben im verheißenen Land wäre. Wenn das Ziel meines Lebens doch schon erreicht wäre. Vor dem letzten Stück meines Weges und dem Sterben ist mir Angst. Das Ziel unseres Daseins ist das ewige Leben in Gottes Gegenwart. Noch haben wir es nicht erreicht. Aber nach der Erfüllung verlangen wir mit allen Fasern unseres Seins. Drittens, wir warten darauf, dass sich die Zeit erfüllt. In Galater Kapitel 4, Vers 4 heißt es, Als aber die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Der wurde als Mensch geboren und dem Gesetz unterstellt, um alle zu befreien, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen. Gott hat also so etwas wie einen Terminkalender, auf dem scheinbar die wichtigsten Stationen der Weltgeschichte eingetragen sind. Der Tag der Geburt Jesu war schon seit langem markiert. Als dieser Tag erreicht war, wurde Jesus geboren. Diejenigen, die Gottes Wort kannten, hatten schon hunderte von Jahren auf diesen Moment gewartet. Wir hungern nun voller Sehnsucht und Hoffnung darauf, dass sich auch die anderen Termine in Gottes Kalender bald erfüllen. Vor allem erwarten wir, dass Jesus wiederkommt zum jüngsten Gericht und zur Auferstehung der Toten. Und wir hoffen, dass die Zeit bald erfüllt ist und wir nicht mehr so lange warten müssen. Viertens, in Matthäus Kapitel 24 spricht Jesus über die Endzeit. Er nennt da viele schreckliche, grausame Dinge, die noch geschehen werden. In Vers 3 fragen die Jünger ihn, Sag uns, wann wird das geschehen und woran können wir erkennen, dass du wiederkommst und das Ende der Welt da ist? Jesus sagte zu ihnen, Seid auf der Hut und lasst euch von niemandem täuschen. Erschreckt nicht, wenn nah und fern Kriege ausbrechen. In vielen Ländern wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Dann werden sie euch an die Gerichte ausliefern, euch misshandeln und töten. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Wenn es soweit ist, werden viele vom Glauben abfallen und sich gegenseitig verraten und einander hassen. Zahlreiche falsche Propheten werden auftreten und viele von euch irreführen. Mit solchen Warnungen und Drohungen geht es noch etliche Verse weiter. Das Bild, das Jesus von der Zukunft malt, ist düster. Und viel Leid und Schrecken kommen auf die Menschheit zu. Man sollte meinen, dass wir diese Ereignisse auf alle Fälle vermeiden wollten, sie am liebsten auf die Zeit nach unserem Tod verschieben möchten. Doch weil es Zeichen der Endzeit sind und auf das Nahekommen des Messias hindeuten, warten wir auf ihre Erfüllung. Wenn sich diese Vorboten erfüllen, dann ist die Erlösung nicht mehr fern. Das Ende der Welt mit allen seinen Schrecken ist für uns auch gleichzeitig der Anfang des neuen Lebens mit Jesus. Fünftens, die Entrückung. Die Entrückung ist ja nun auch ein Ereignis, mit dem wir nicht so recht vertraut sind. Wir wissen nicht genau, was da geschehen wird und wann wir es erwarten können. Aber so wie es in 1. Thessalonicher beschrieben wird, ist das etwas sehr Schönes. Da heißt es in Kapitel 4, Abvers 16, wenn Gottes Befehl ergeht, der oberste Engel ruft und die himmlische Posaune ertönt, wird Christus, der Herr selbst, vom Himmel kommen. Zuerst werden dann alle, die im Vertrauen auf ihn gestorben sind, aus dem Grab auferstehen. Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen zusammen, auf Wolken in die Luft gehoben und dem Herrn entgegengeführt werden, um ihn zu empfangen. Dann werden wir für immer mit ihm zusammen sein. Das hört sich sehr gut an. Es bedeutet, dass wir eventuell gar nicht zuerst durch Leidenszeiten, durch Krankheit und Todesangst gehen müssen. Wir werden einfach so von dieser Erde weggenommen und in den Himmel transportiert. Auf diesen Moment warten wir mit großer Sehnsucht und Vorfreude. Die Erfüllung steht noch aus. 6. Wir warten auf die Herrlichkeit. Jetzt noch leben wir in einer gefallenen und verfluchten Welt. Wir leiden unter unserer eigenen Vergänglichkeit und Unvollkommenheit. Wir seufzen, unterlasten und gebrechen. Wir stöhnen unter der Ungerechtigkeit und Bosheit in der Welt, unter der Sünde, der Schuld und der Angst. Wir trauern über den Verlust von lieben Angehörigen und über das Leid und die Not der Menschen um uns. So wie wir leiden und stöhnen, so stöhnt auch die ganze Schöpfung, die Natur, die Erde, der Himmel, der Kosmos unter dem Fluch, der auf uns allen lastet. Alle warten auf den Tag, wenn wir in die Herrlichkeit eingehen, in den neuen Himmel, die neue Erde, die Gegenwart Gottes. Dann wird alles, was uns belastet, Vergangenheit sein. Wir leben in der Herrlichkeit. Das ist es, was wir und die ganze Schöpfung mit uns ersehnen, erwarten und erhoffen. Siebtens, wir warten auf Jesus. Das ist natürlich das Wichtigste. Wir möchten ihn sehen, ihn hören, bei ihm sein, wie wir es hier auf dieser Erde nie können. Jesus, an den wir geglaubt haben, dem wir nachgefolgt sind, den wir geliebt, für den wir gelebt, dem wir gedient und den wir angebetet haben, um dessen Willen wir das Kreuz auf uns genommen, Spott und Ablehnung, Entbehrung und Verfolgung ertragen haben. Jesus, dessen Botschaft und Lehren wir verkündigt, dessen Liebe wir in die Welt getragen haben, dem wir gedient und in dessen Nachfolge wir die Menschen eingeladen haben. Ihn wollen wir sehen, bei ihm wollen wir sein. Schon lange warten wir auf ihn. Wir warten voller Sehnsucht auf die Erfüllung der Verheißungen und auf sein Kommen. Und wir beten immer wieder, Ja, komme bald, Herr Jesus. Wir wissen natürlich nicht, wie lange es dauert, bis die Erfüllung eintritt. Aber wir fragen uns, wie können wir nun die Zeit bis zur Erfüllung der Prophetien und kommenden Ereignisse sinnvoll verbringen? Darum geht es doch wohl in der Adventszeit, dass wir in einer richtigen Haltung und Einstellung warten. Nun, eine Art ist, wie es der Apostel Paulus schon im Römerbrief gesagt hat. Ab Vers 23, Aber auch wir selbst, die doch schon als Anfang des neuen Lebens, gleichsam als Anzahlung, den Heiligen Geist bekommen haben, stöhnen ebenso in unserem Inneren. Denn wir warten sehnsüchtig auf die volle Verwirklichung dessen, was Gott uns als seinen Kindern zugedacht hat. Das heißt, wir warten zusammen mit der Natur, stöhnend und seufzend, bis die Erfüllung eintrifft. Auch das kann eine sehr wertvolle Nutzung der Zeit sein, wo wir noch vieles lernen und selber wachsen und reifen können. Stöhnen und Seufzen ist aber nicht die einzige Art, die Wartezeit zu verbringen. Zweitens, eine andere Möglichkeit ist, dass wir in Geduld und Ergebenheit die augenblickliche Situation ertragen. Wir versuchen in allem treu zu sein, am Glauben festzuhalten und uns als Gotteskinder und Nachfolger zu bewähren. Damit sind wir für die Menschen um uns ein Zeugnis. Denn die Menschen um uns nutzen die Wartezeit eher für Kritik an Gott und seinem Handeln. Da sie seine Absichten und Pläne nicht kennen, versuchen sie selbst, die Dinge in die Hand zu nehmen und die Welt zu verbessern. Drittens, wachen und beten. Es kann sein, dass wir in der Wartezeit, bis Jesus wiederkommt, mit besonderen Anfechtungen und Prüfungen rechnen müssen. Das sagt Jesus doch in Matthäus 26. Ab Vers 41 Bleibt wach und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Der Geist in euch ist willig, aber eure menschliche Natur ist schwach. Unter Umständen werden wir einmal unsere ganze Kraft und Aufmerksamkeit darauf verwenden müssen, dass wir nicht vom rechten Weg abirren. So kann es eine große Herausforderung für uns werden, Glauben zu halten und Jesus nicht zu verleugnen. Dafür ist Wachen und Beten so notwendig. Viertens können wir die Wartezeit damit verbringen, die Ankunft Jesu vorzubereiten. Davon sprechen ja auch viele Adventslieder, wie zum Beispiel Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Oder Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? So wie Johannes der Täufer können wir Wegbereiter für Jesus werden. So wie wir unsere Wohnungen mit Schmuck und Lichtern für den hohen Gast schmücken, so können wir auch unsere Herzen auf Jesu kommen, einstimmen und vorbereiten. Fünftens eine weitere Möglichkeit, die Wartezeit zu verkürzen ist, Gott zu dienen. Dazu gehört sicher auch die Verkündigung des Evangeliums, die Missionsarbeit, Diakonie, Seelsorge, Unterricht und alle Art tätiger Nächstenliebe. Und schließlich mahnt uns die Bibel auch immer wieder, uns zu reinigen und zu heiligen, im Glauben zu wachsen und zu reifen, bis er wiederkommt. Heute ist vierter Advent. Das Kommen Jesu ist nahe. Wie nahe, können wir nicht sagen, aber wir sehnen uns schon lange nach unserer Erlösung und wir wollen die Wartezeit sinnvoll nach Gottes Willen für uns verbringen. Wir beten. Herr, wir freuen uns schon sehr auf dein Kommen und dabei wird uns klar, wie miserabel es uns in dieser Welt geht. Unser Seufzen und Stöhnen hat einen Grund. Umso größer ist unsere Sehnsucht, dir persönlich zu begegnen. Amen.